Das Rollen hat begonnen. Keine Sorge, ich werde mich drum gehören. Halt mal mein Tee. Come on. Oh, das war wohl nichts. Die Trampe in alle Supermärkte! Lass mich kurz alle meine hinwegießen. Daher war die Transformation unterbrochen. Was bist denn du für ein Opfer? Tattach! Yo, Goku! Lass die Typen mal aber wegkommen! Okay? Leute, wartet! Bevor ihr schon wieder den ganzen Planeten wegballert! Lasst mich erst das verbotene Jutsu ausprobieren. Du meinst das Stinkefinger-Ding? Äh, nein! Diese Technik ist der einzige! Los geht's! Erstes Deck! Lego Jutsu! NANI?! Ja! Du hast sie voll flach gemacht! Frau Krassi und Waffe! Wie kannst du's verwagen, einen Schmerz zu benutzen? Der größte ist der Zweiler! Ich zeige Ihnen den größten Schmerz aller Zeigerinnen! Oh nein! Er wird das mal auf null benutzen! Wir müssen ihn aufhören! Ziemlich! Ich hab bitte immer mehr! Ich glaube, ich hab ne Idee! Ich bin nur noch mal unterbrechungs Jutsu! Ich bin nur noch mal unterbrechungs Jutsu! Ja! Schmerz sich das an! Das hat ja voll funktioniert! Ich bin nur der Woche! ARA! Der Logiker Zeitzinn! SAITAMA! Daofaul 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 Yo Goku! Ich höre mal! Daofaul Daofaul Ha, keine Sorge! Behind the Dragon Daofaul Ok, er scheint zu stark zu sein, wir sollten uns erstmal zurückziehen Keine Sorge, wir kümmern uns denn Vielleicht endlich ein ebenwürdiger Gegner Es ist völlig egal ob er stärker ist Wir sind zu dritt und er ist allein Ich glaube dieses Mal sollten wir wirklich all out gehen Ich glaube dieses Mal sollten wir wirklich all out gehen